Ist es erlaubt, eine Torte oder einen Kuchen im Koran-Format zu machen? Das ist natürlich nicht erlaubt. Du machst eine Torte oder einen Kuchen, dieser sieht aus wie ein Koran, dann schneidest du den durch und isst den. Das ist natürlich nicht erlaubt und eine Erniedrigung des Koran. Untertitelung des ZDF für funk, 2017